und bin jetzt fast acht wochen nicht mehr angeln gewesen das heißt es juckt ich habe richtig bock aber braucht natürlich jetzt ein bisschen ja um wieder reinzukommen der schlitzer von dem schubi glaube ich was das war der hat schon wehgetan der hängt der hat den arscht aufgesammelt und der kommt an meinem weg das gibt es doch nicht